Was ist die Frage von Grundsicherung von Sanktionen in Hartz IV? Der Paritätische Wohlfahrtsverband unterstützt diese Aktion, die die Linke jetzt gerade auf den Weg bringt, sehr, weil wir inhaltlich deckungsgleich sind. Wir sind für eine deutliche Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze anstatt von 404 zum 1. Januar 2016 auf 491 Euro. Das sind unsere Ergebnisse, wenn wir das Statistikmodell zur Bemessung der Regelsätze sauber anwenden und auf statistische Tricks, wie sie seitens der Bundesregierung 2010 durchgeführt wurden, verzichten. Und wir sind für die Abschaffung, und zwar sofortige Abschaffung von Sanktionen in Hartz IV. Warum? Hartz IV hat versagt, das muss man nach zehn Jahren zur Kenntnis nehmen. Das zentrale und ohnehin bereits fast sittenwidrige Versprechen wurde gebrochen, wonach den Arbeitslosen erklärt wurde, ihr geht eine Weile in die Einkommensarmut. Aber sehr schnell werden wir euch vermitteln in den ersten Arbeitsmarkt, und euch geht es wieder gut, ihr habt Perspektive. Wir wissen alle, nach zehn Jahren in Hartz IV ist es nicht passiert. 70 Prozent der Menschen in Hartz IV sind Langzeitbezieher, 21 Monate und mehr. Und vier Jahre und länger sind Kinder beispielsweise zu 50 Prozent bereits in Hartz IV. Das gibt zu denken, Hartz IV hat das, was erwartet wurde, nicht eingelöst. Das betrifft insbesondere die Vermittlungsquoten. Wir müssen uns vor Augen halten, wir haben in Deutschland etwas über eine Million Langzeitarbeitslose. Im letzten Jahr waren es genau 1,1 Millionen Langzeitarbeitslose. Von denen haben gerade mal 185.000 den Weg in den ersten Arbeitsmarkt gefunden. Über Vermittlung der Jobcenter waren es gerade mal 23.000. Das heißt, nicht einmal oder knapp über zwei Prozent gerade mal der Langzeitarbeitslosen wurden wirklich vermittelt. Wenn wir uns die Vermittlungsquote in Arbeit anschauen, bei allen Hartz IV-Beziehern liegt diese noch deutlich darunter, nämlich bei unter zwei Prozent aller Menschen, die 2014 SGB II-Leistungen bezogen, sprich Hartz IV. Wir sagen, wer nicht in der Lage ist, Menschen wirklich in der überwiegenden Zahl der Fälle Angebote zu machen, der Integration, wer nicht in der Lage ist, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und wer tatsächlich nichts anderes zu bieten hat, als irgendwelche Maßnahmen, von denen man gleich wie in Hartz IV landet, der hat auch das moralische Recht verwirkt, Menschen zu sanktionieren. Eine Sanktion in Hartz IV heißt ganz klar, Menschen werden unter das verfassungsgemäße Existenzminimum gedrückt. Sie erhalten weniger Geld, als das, was man anerkannterweise hier in Deutschland über einen Monat braucht. Zum Teil über recht lange Zeit. Und wenn bei einer solchen Maßnahme am Ende nicht tatsächlich die realistische Perspektive steht, der Mensch kommt dann auch wieder in Arbeit, dann sind diese Sanktionen überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. Und deshalb fordert auch der Paritätische seit etwa einem halben Jahr die sofortige Abschaffung dieser Sanktion. Das ist der Grund, warum wir daran mitwirken, diese Forderung publik zu machen und auch diese wirklich zum Teil ja klägliche Leistung der Bundesagentur, was die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen anbelangt, publik zu machen. Dankeschön.